Was aber was geht Leute, Rainbow Six Siege Leute? Ja... Ja... Boah, komm schon in die Wartezeit heute. In jedem Spiel muss ich heute so lange warten. Oh nein, das ging sogar schneller. Obwohl ich's länger erwartet heute. Ja Leute... Ja... Wir spielen mal wieder Twitch. Uh, guys, can we please kick him? He's a strong apple. He's a strong apple, can we please kick him? Why kick? He's a fucking team killer. IFC last round, uh, he killed me, my friend. Please, uh, kick him. Last vote please, guys. German? Ja... Also, kick den mal. Ja, hab ich schon. Uh, last vote please, guys. Ja, du... Du pisser, scheiß Teamkiller. Drunk up. Thanks, guys. Gutes match. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Hm, das fängt schon mal gut an, die Runde. Ja, ja, ja. Äh. Was ist hier die Punkt? Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Hm, krass. Der hat noch Gas geworfen an den Smoke? Warum eigentlich? Zehn Sekunden bis Einsatz. Noch fünf Sekunden. Ich komme durch. Ich gehe in die Ecke. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Ja, das ist das. Der eine heißt der... Der hat mich angeschossen. Naja. Lange gespielt. Magazinwechsel! ... Ja, das ist das. Das ist doch richtig. ... ... Ah ja, Geld, ich merke grad auch was echt früh. Die sind unten. Nur noch ein Gegner übrig. Oder so, genau. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Eine MP! Was? Wie geht's der Führer? Alles beim Rechten und bei dir. Auch. Raus mit den Juden, oder? Hab ich nicht gehört. Stuhl, du Schatten! Nein! Richt euch! Nein! Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Der Stacheldraht ist bereit. Geräte ist platziert. Geräte ist platziert. Ich lade ein neues Magazin! Ich muss ja diese Drohnenherausforderungen machen. Der hab ich noch nicht in den Garten gemacht. Ich bin ein Sportdorfer. Hm, juckt mich nicht. Nur irgendwie fährt keiner ein. Nur noch 10 Sekunden. Oh, jetzt. Und jetzt bin ich bei der Herausforderung. 5 Sekunden. So, 3 Stück noch zu stören. Die hab ich jetzt gemacht. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Der Boden wurde befestigt! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Das war das ganze Leben ein? Ich hab das ein Gefühl. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Das ist ja... Wo wollen wir es? Was ist das? Ich helfe dir, Mama. Wenn du in dieser Zone bleibst, muss man einen entdeckt. Wow, was war das? Schon mal oben. Ich habe da jemanden gesehen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt gestimmt wird. Da so um die Ecke habe ich jemanden gesehen. Was ist das? Magazin mitgeladen! Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Ja. Kämpfplan, wo der Gegner ist und ich habe nur noch 1%. Ich weiß nicht, wo der ist. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Ich lade ein neues Magazin. Ich lade ein neues Magazin. Wenn schon. Wir gucken mal, ob es noch aufnimmt. Ja, es nimmt noch auf. Gürzer. Weil wer hätte ich diese... ... ... ... ... ... ... ... Schade. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. ... ... ... ... ... ... Man darf ja. Seit dem neuen Update, oder ich glaube erst ab nächstes Season... ... ... Das wurde schon in so viel gänner ich mich. Darf man ja nix mehr auf dem PC hier in den Text-Chat beleidigen oder so. Das kann zum direkten Band führen. Oh, komm schon. Wenn ihr euch fragt, warum ist das Spiel wahrscheinlich die Textur oder so komisch oder so. Die Grafik ist am niedrigsten oder mittelbestellt worden von meiner Seite aus, weil's sau warm war, erinnere ich mich. Das war ja krass. Ich war Twitch. Twitch was? Twitch. Ist das Twitch? Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Wenn ich jetzt sterbe, Dicke. Oh, komm schon. Kleiner Nuppenbremse. Wir machen das schon. Achtung, Explosion! Hier. 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 Geht. Geht da aus nå rum. Geht da aus nå rum. 1 ein gegner verbleibt doch komm schon ok das war mal ein sauschneller ich führe und die macht was ich darf das du necker darf ich auch ja mann ich komm schon in Alpha Pay dann ja komm nein die Führer hat mir nicht geholfen hoffentlich das Video gefallen wollte liken, abonnieren, weitere empfehlen habe ich seit Jahren nicht mehr gesagt bye bye